wohin fahren wir Persia? nach Tour de Fora und da hat es junge Menschen und die Töpfen die machen so tolle Gefässe um Pflanzen zu bewässern, stimmt's? ja genau, die nennen sich Ojas die Ojas, die machen Ojas aus Ton, aus Natur also die bauen den Ton ich glaube die haben den von hier oder wie? ja, der ist recht regional recht regional ok, und die gehen wir jetzt besuchen und schauen mal wie die das machen ok? bis gleich wie versprochen sind wir jetzt in dieser Töpferei und ich zeige jetzt oder wir werden durchgeführt durch die Töpferei und sehen dann viele spannende Dinge die Töpferei die Töpferei die Töpferei die Töpferei das ist gut das ist gut und die Töpferei wie sie rein die Töpferei die Töpferei das ist gut es echt gut Das war's, 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 war's. Ich bin auch noch. Wir haben ein Wofi und die K настолько viele Schmerzen. Wir haben den Schein hierherren. Wir haben die Wofi einen Wofi sogar noch? Was haben wir hier in die Haube? Ja! Ja. Ja. Ich kann euch mal kurz in der Oberfläche kommen? Ja. 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 Ja, ich hab zwei Aufmerksamkeit. Und du hast du einen Ort. Und du hast du diese Tabelle da. Und du hast du das eine Aufmerksamkeit. Und du hast du das Gericht. Und du hast du das Gericht. Die Firma heisst Bella Terra. Und diese jungen Leute haben vor ungefähr drei, vier Jahren begonnen, diese Gefässe zu entwickeln. Spannend ist, sie kommen nicht aus der Keramik, also sie haben das selber sich angeeignet und machen jetzt diese tollen Gefässe. Oh nein, sie sind fein, ich weiß nicht, du kannst du den Fend. Nein, nicht des Fend. Oh, Tension, Tibo. Un étage... On prepare des colonnes? Die... On avait... On avait pas fait... Des petits, ouais. Vielen Dank.